hallo leute und herzlich willkommen zurück wir waren immer noch in diesem doofen level gefangen ich verstehe auch nicht wie die da immer rauskommen aber egal und wollen unsere bandage girl befreien das ist der zweite part den ich heute aufnehmen der zweite und der letzte hoffentlich weil wenn ich mehr aufnehmen kann ich einfach gar nicht mehr drauf klar der high hat wird jetzt ersetzt ich hätte die bandage holen können aber mache ich nicht hat für ein komisches high hat dingen bestimmt irgendwas mit musik spiegitarre ein high hat ist danke was denn ja ja was ist ein high hat ist das ist beim schlagzeug da gibt es das so nachher ja 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 hier ding und ja ja und dass die das neue teile ist nein du zockst schlagzeug nein woher weißt du das dann egal wie lang sollen der beat sein eigentlich keine zehn sekunden halt genauso lang wie der letzte ich habe ihn jetzt gerade ganz genau 9,98 sekunden ja es geht was für eine file willst du haben was geht am schnellsten und hat die beste audio qualität wave hat die beste audio qualität mp3 geht am schnellsten ogg habe ich keine ahnung und dann machen mp3 die sind einmal eine wave die sind cool ich mach ne wave die sind cool ja ich kann halt alle verwenden ich kann zwar nicht alle machen warte mal kurz ok ich muss warten ah jetzt nimmt er sein headset ab wie man hört wie das ist nicht aber alter warum lebe ich gerade in dem level so schlecht warum ist das auf einmal so leise so muss ich ja muss ich ich weiß ja nicht stopp 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 keiner hat plus geschafft wie soll man da reinkommen ich habe immer noch keine ahnung ich habe immer noch keine ahnung ach du scheiße was denn warte mal was ist das angeblich eine gitarre oh mein gehört akustikgitarre nein die hört sich anders an ich weiß voll behindert das ist hier keine akustikgitarre das ist ein synthetizer ach so boah alter ooooh ooooh warte mal warte mal ooooh 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 soll du das mal so bisschen leiser machen kann ich war ja meine Spielmusikern ich mag die schon übelst laut zumindest auf meinem ohr halt Hauptsache wenn ich das hier einstößt ist voll leise und wenn ich woanders einstößt ist voll laut die Box an und 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 nachher Techno-Mann für Mietbeulich und ja das ist gut wenn du das noch ein bisschen veränderst Nürnberg Das macht es denn so. Das letzte Mal richtig, Alter. Hm? Das letzte Mal richtig. 4.000 Hertz. 4.000 Hertz. 4.000 Hertz. 4.000 Hertz. 5.000 Hertz. Ich glaube, mein Ohr zerfetzt gleich. Ja, Kahn. Ich glaube, du solltest es lieber mal lassen. Ich weiß. Mach mal was Richtiges. Dann komm ich damit auch gut klar. Ich muss erst mal einen schönen Beatbox finden. Was versteht du unter einem schönen? Was versteht du unter einem schönen? Ich denke. Es gibt ja manche Demo-Versionen. Die sind genauso wie die Voll-Versionen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du bist ein Schmuck. Ich weiß. Ich weiß nicht. Das ist so. Ich weiß nicht. ja das ist lustig ich hätte selbst gemacht aber ich weiß nicht mehr scheiße haben wir den hier noch wieder übelst scheiße wenn das lustig dass ich eins halt nur so rausgebackt alter das ist immer noch keine demo version und wiss ich ja 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 mutieren Verdammt der Scheiße! Also, nee, das funktioniert nicht mit dem Toxic-Buzzer. Das ist ein Geräusch von einem Buzzer. Nee, Toxic, Toxic, das ist im Wort mit... Ich weiß nicht, was es sein soll. Ähm, Beatmap kann ich reinpacken, das ist geil, das ist leicht. Warum bin ich da durchgebackt? Warum ist das Spiel scheiße, so scheiße, so scheiße? Warum ist das Spiel scheiße, so scheiße? Was ist denn? Nein, 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 nein! Oh! Mann, verdammte Scheiße! Das, ich weiß ganz genau, was du dazu sagen wirst, was ich grad gemacht hab. Freue mich gar nicht, das bräuchte, ey, weiter diskutieren, das klingt ja auch nur scheiße. Bestimmt find ich's voll geil, mach mal an! Das hast du schon weggemacht. Boah, du Penner. Was ist denn ein Wevelat-Traveler? Ich kann, äh, mit der Tastatur zocken. Sag, warum war ich nicht da. Achso, der Wecker, oder der Timer ist vorbei. Ähm, bis zum nächsten Mal, Leute und Und Kahn sagt auch noch tschüss. Jetzt. Okay. Tschüss, Leute.